Ich füß das. Ich würde das so... Machen wir mal nicht diesen hier. Ich lande hier auf dem Kopf einfach... Aber die Knöpfe fühlen sich jetzt voll komisch an. Komisch. Sie fühlen sich sehr komisch an. Ja echt. Ich glaube erst mal, wir können das nicht. Da war dir schon welche. Wo dann? Komm, komm. Wo dann? Ich seh' nicht. Er verfolgt mich noch. Er schießt auf mich. Er kommt doch gleich hinter dem Raps. Einen habe ich. Einen Schatz kann ich jetzt nicht mehr. Oh, oh. Hier oben ist noch... Hier oben ist noch... Da muss ich bereits achtmal sein. Da ist ein Hebel. Jupp, da haben wir noch... Hast du ihn? Ja, hat einen Headshot bekommen. Es kann auch sein, dass sie jetzt schon schießen. Also laufen ein bisschen. Dann gehen sie rechts. Ein bisschen rutschen. Ein bisschen aufstehen. Ein bisschen laufen. Ein bisschen spenden. Mach die Tür weg. Ein bisschen aufstehen. Ein bisschen aufstehen. Ein bisschen aufstehen. Also... Ein bisschen aufstehen. Ein bisschen aufstehen. Er ist... Er läuft in der Zone. Er wird sich verschränken. Er wird sich verschränken. Da, wie eine Katze hat er sich hochgeseilt hinter dem Berg. Lass uns mal hier hochgehen. Die Zone ist noch nicht so weit. Nein, das ist jetzt mit diesem Schlopp. Was schießen wir aber welche? Da ist er doch. Dahinter sind sie. Wo bist du jetzt? Ich bin auf dem Pilz. Ich kann da mal gucken runter. Na ja, aber die laufen. Also von der Kamera, oder von dem ab her läuft die beiden in die Zone. Oder Richtung Zone. Und die Tankstelle loopen? Ich glaube, der liegt da. Der kommt in die Wahl. Schatz, der steht immer am Weg. Ich hab keine Lust auf diese Seite. Letztes Mal wollte ich Snipern. Da ist einer. Er hat mich gesehen. Da. Ich kann es nicht markieren. Hinter den Stein, genau. Da unten ist er jetzt. Vorm Haus. Hast du ihn? Ja. Ich hab zweimal daneben geschossen, aber... Ah, die Zone, komm. Aber hier ist schon die Zone. Von rechts wird hier auch geschossen. Oh, das ist auch ganz nah. Die sind da. Was ist denn? Eigentlich müssen wir nicht weglaufen, weil die Zone ist hier. Ich schwör's dir, die sitzen wieder in den Büschen. Naja, lass mal wieder zwei Punkte in die Zone. Komm mit, Schatz. Naja, es sind noch drei Teams. Ja, sechs Leute. Da ist ein Baum. Haben wir eine Krona? Nein, ne? Doch, haben wir. Nein. Nein, nein, nein. Da ist ein Baum. Lasst da mal hin, bitte. Das sind jetzt mal mit den High-Rogers. Das ist schlecht. Eigentlich müssten wir hier oben auf den Felz, aber dann haben wir wiederum keine Deckung. Da oben welche sind, aber wir sind hier in der Zone. Du musst auf den... Jupp. Wir haben mal geschafft, ne? Das ist ja gut gemacht, muss ich sagen. Die sind da oben drinnen, bleibt nicht im Busch. Die sind oben in dem Busch. Oben? Ja. Genau hier, warte. Da. 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 Dein Ernst? Ja, aber ich meine, wir haben sowieso nicht... Und die anderen sind da hinten und einer ist noch alleine. Aber guck mal, wo die hinschießen. Da ist der andere. Siehst du ihn da hinten? Da ist einer. Ich snipe dich. Ich gucke den Busch. Ich gucke. Oh, ey. Eben hat er snipet auf mich. Von wo? Da hinten. Ja, ich habe ihn gesehen. Schatzpass war gut. Das Ding ist, jetzt wissen die anderen, dass wir da sind, weißt du, weil du geschossen hast. Da kommt einer zu dir. Oh Mist, er wollte dich richtig, er wollte dich richtig, er hat sich richtig angeschlichen. Du bist eine goldene Rewe. Ich habe die hier hingelegt. Danke. Ja, und die denken jetzt erst da noch hin. Es ist richtig geil. Komm mal mit, komm mal mit, komm mal mit. Schnell, schnell, schnell. Die denken erst da noch hin. Oh, da war auch noch. Aber sie fällt runter. Ach, Wolf, guck mal, jetzt steht der Wolf wieder vor mir im Gesicht. Scheiße. Hab ich. Nice. Da ist der andere. Der ist da, im Busch. Zwei. Ich müsste einen Sniper haben. Ich bin in der Zone. Ah, Fick dich. Das war der letzte. Ich habe extra geguckt, der stand nach fünf. Den einen Typ schätzt, der war richtig nice, weil er wirklich, ich habe ihn gesehen, wie er von oben, vom Berg so runter wollte, dann stehe ich da so und guckt so auf ihn und er schleicht sich da so richtig lang und wollte gerade nicht sehen. Ich habe ihn gesehen von oben. Ich habe schon auf die Hebel gewechselt. Da wollte ich sofort zu dir kommen. Ja. Gutes Match. Wie viele Kills? Schatz, drei. Ich habe ihn in der Luft. Der Sniper hat das gesehen. Ich habe acht. Aber drei ist gut. Auf geht's zusammen. Schatz, für eine Frau bist du. Und wenn man überlegt, seit dann ist es hier. Seit 30 Jahren. Wie bitte? So alt bin ich nicht. Ich habe 24. 24. 24. 24. 24.